Seien wir doch mal ehrlich, uns Frauen, uns Frauen geht's doch gut. Wir werden respektiert. Liebe Püppi, geiles Gestell, mein Gott. Feminismus finde ich schrecklich übertrieben. Wir können jeden Job haben, den wir wollen. Das ist ja wohl für Größenwahl. Na, 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 Mädchen, komm. Wir verdienen genauso viel wie die Männer. Kinder, ich bin wieder da. Mama, runter. Sofort, sofort, sofort. Und das Beste ist, die Männer helfen uns auch im Haushalt. Du Schatz, wir sollten mal wieder was zusammen machen. Ich finde, es gibt wirklich wichtigere Dinge, als sich für Frauenrechte einzusetzen.